Kimmy, ich höre. Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr sechsundzwanzig. Kimmy, ich höre. Dr. Burns. Sie ist unterwegs. Kimmy, ich höre. Nimm FaceTime an. Hey, Hotness. Wow. Kimmy? Ich höre. Öffne nächsten Stream auf Desktop. Ich brauche mehr Trinken. Öffne Stream von gestern. Nein, Press. Nein, Press. Ich bin Voice-Stream-Analystin. Ich glaube, ich habe ein Verbrechen gehört. Auf einem der Streams. Die Geräte nehmen vieles auf. Sie markieren die Datei als Charter, löschen sie. Sowas ist nicht problemlos. Das wissen Sie. Ich glaube, dass eine Frau Hilfe braucht. Wie kann ich herausfinden, wer das war? Mit der Gerätenummer und dem Admincode. Kannst du mir den machen? Das ist der letzte Gefallen, Hotness. Sie schließen Ihre Dateien, kommen in mein Büro und wir hören uns die Aufnahmen gemeinsam an. Bist Charles? Ich muss wissen, worum es hier geht. Hier geht es allem Anschein nach um etwas, was nach einem Mord klingt. Woher weiß ich das? Weil ich es gerade gesagt habe. Zweimal schon. Vielleicht kompensieren Sie damit eine andere reale Belastung. Können wir bitte das FBI anrufen? Soweit ich weiß, waren Sie aus psychischen Gründen krankgeschrieben? Wieso steht das in meiner Akte? Sie sagten, die hatten Sie. Hatten. Jetzt aber nicht mehr. Kimmy, fett Modus an. Ist das die einzige Kopie? Ich habe Sie heute früh an einmal in Kontakte gemeldet. Kimmy? Ich höre.